Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt das Video von Traiment an. Der hat eins rausgehauen mit dem Titel T-Tech verliert endgültig den Verstand. Wir hatten uns ja schon das Video von Catsplay angeguckt, aber Traiment, der hat hier ein 30-minütiges Ding rausgehauen und wir gehen da jetzt mal rein und schauen mal, was er dazu gemacht hat. Ich denke, das Schlimmste haben wir eigentlich schon hinter uns, was die Aussagen betrifft. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Boah, ihr macht mir immer mehr Lust auf Trace-Video. So Trace-Videos gegen mich, aber ich kriege immer mehr Lust, das Video zu gucken. Ihr habt es geschafft, ihr Woken. Ja, ihr seid schuld, dass mein Ego und mein Selbstbewusstsein... Ey, Cotun, grüße geht raus, ja. Cotun, bester Mann, der hat das hier editiert. Wirklich, nur Liebe an ihn. ...an eines Zwölfjährigen wohlbemerkt endgültig angekratzt ist. Ich musste daraufhin erstmal auf SchülerVZ die neuesten Pullover der Herbstkollektion ansehen, während ich White-Eyed-Peace angehört habe. I got a feeling, that this night's gonna be a good night. Danach erstmal Social Justice Warriors Get Wrecked Compilation von 2016 gegönnt und mein Ben Shapiro schreien gehuldigt. Wegen euch allen habe ich mein C gestoßen. Ihr seid dumm und das darf ich sagen, weil es stimmt. Mich trifft keine Teilschuld. Natürlich, weil ich nicht unklug gehandelt habe. Und jetzt lese ich aus meinem Lieblingsbuch vor. Mein Kram... ...und damit herzlich willkommen zu einem neuen... ...schwer, aber das war eine sehr... Ich habe mir das schon auf Instagram angeguckt gehabt. Das war eine sehr wilde Animation mit, auch wenn es überspitzt war, sehr wahrem Hintergrundleiter. ...video auf meinem Hauptkanal. Wie ihr am Anfang des Videos wahrscheinlich schon mitbekommen habt, geht es mal wieder um unseren besten Freund... Thomas! Denn die T-Cack-Saga geht natürlich weiter. Und mittlerweile darf... Bitte, bitte sag jetzt nicht das Video über T-Cack. Bitte nicht. 30 Minuten T-Cack-Saga. Bitte. Du mir den Gefallen machst, bitte nicht. Kann ich T-Cack-Sagen? Denn laut Thomas... Jemanden als dumm zu bezeichnen, ist keine Beleidigung, wenn es zutrifft. Nice. Dementsprechend brauche ich endlich kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich ihn T-Cack nenne. Finally! Nichtsdestotrotz ist in der letzten Zeit einiges passiert. Wie wir auch im letzten Video gesehen haben, hat er bereits vor ein paar Wochen ein Entschuldigungsvideo hochgeladen. Ich habe lange überlegt... So let's go on the toxic and lost a train. Auf das ich ja bereits vor... Ja, also das Statement hat ungefähr diese positiven Feelings. So ernst wurde das genommen. ...und ein paar Wochen in die Gänze eingegangen bin. Hier an dieser Stelle möchte ich gerne ein Follow-Up-Video machen, wo ich nochmal auf ein paar folgende Aussagen eingehen möchte, die er im Rahmen seines Verteilungsstreams, eines achtstündigen Streams, am Ostersonntag getätigt hat. Ich kann mir nichts nichts schöneres vorstellen, als am Ostersonntag so einen Stream rauszuhauen, ja? Oder da über Ostern genau das ist, so was so abzuranten, ne? Gibt wirklich nichts Schöneres. Ich meine, ihr habt ja auch gestreamt mit Sicherheit abends. Aber wirklich, das ist... Sich da so abzuranten die ganze Zeit ist eine ganz wilde Nummer. Wie bereits bei seinem Entschuldigungsvideo war die Resonanz bei seinem Verteilungsstreams von Seiten der Streamer und anderen Content-Creation-Kollegen durchwachsen bis unglaublich unterhaltsam. Hier ein paar herausstechender Beispiele. Sag mal, raucht er die Unterwäsche von seiner Mutter in der Heizung oder so? Was sind denn das für Spagats, die er da macht in seinem Kopf? Hat er einfach angefangen, sein eigenes Gehirn zu zerbröseln? Ist da LSD im Leitungswasser bei denen? Hat er Schuhe mit Klettverschluss? Okay, Thomas, du kleiner Hoh... Jetzt hören wir mal zu, ja? Okay, okay, okay. Bei Stay artet das meistens dann noch ein bisschen mehr aus. Harkon hat, der hat in die kreative Kiste gepackt. Diesem ganzen komischen, du verstehst nicht, wie Menschen in der Gesellschaft leben, bin ich ja noch bei einer Sache. Aber wenn du hier anfängst mit Blut-Boden-Rhetorik von Herkunft und Gen zu sprechen, dann kriegst du von mir aber auch anders mal die Fresse poliert. Das sag ich dir jetzt so, wie es ist, weil das ist straight-up-Faschisten-Rhetorik. Also vielleicht bist du einfach nur ein dummer, kleiner W***er. Yikes! Ich weiß, ich weiß. Die Wahrheit tut weh. Dieser Spruch kommt ja nicht von irgendwoher. Faktenbasierter Politik. Das könnte man natürlich argumentieren, ja gut, du hast natürlich auch nur links-grüns. Ja, also natürlich, ey, das... Natürlich bringt einen das so ein bisschen zur Weißglut, wenn er anfängt, irgendwas mit deutschem Blut zu erzählen, ne? Vor allem in dieser Angelegenheit, wo es um diesen Schönheitswertwerb ging. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das der Sache gut tut, dann ihn einfach wegzubeleidigen. Ich meine, ja, das ist einfach dämlich. Und es ist einfach dämlich. Ja, kannst du nicht anders sagen. Und das wusste Titek doch auch selbst. Deswegen hat er so gezögert, ob er das jetzt sagen darf oder nicht. Dann hat er trotzdem gesagt. Aber ich glaube, ich glaube, ich würde mich einfach zurückhalten, was dann Beleidigungen angeht, weil das wirft dann kein gutes Licht auf einen selbst. Wisst ihr, was ich meine? Versöpfte gezeigt, was ist denn mit Leuten, die nicht unbedingt auf deiner politischen Ebene sich bewegen? Und zu den Leuten kann ich sagen, I got you. Keine Ahnung, was gerade mit Titek los ist. Ich finde das auch irgendwo schade, weil... Also ich fand jetzt nicht, dass er jetzt jemand ist, der so ein Potenzial hat, so ein Million YouTuber oder sowas zu werden. Ähm... Aber, ähm... Er meinte, dass... Million YouTuber zu werden, aber war schon teilweise unterhaltsam, was der gemacht hat. Aber die letzten Videos in den letzten Monaten kann man sich ja wirklich gar nicht mehr geben. Der, der hat sich wirklich, also der hat sich in den letzten Wochen und Monaten, oder sagen wir mal eher Monaten, hat der sich so verbrannt, ne? Es ist unfassbar. Der hat mir jetzt sogar geantwortet und meinte, dass wir jetzt anscheinend... Also jetzt will er anscheinend das Umstyling mit uns machen, aber, Digga, also bei den Sachen, die er da droppt, habe ich da wirklich, also... Lieber nicht. Wir messen dann die Statement-Schnipsen. Okay, guck mal, das kann ich zum Beispiel alles noch nicht. Sehr, sehr interessante Angelegenheit. Wusste ich auch gar nicht, dass überhaupt so ein Angebot drin stand. Ähm... Ja, nee, es... Ich weiß, ich verstehe es auch nicht, ich verstehe diese Wandlung von Titek nicht. Der hat ja damals relativ stabile Videos gemacht. Die waren ja wirklich in Ordnung. Dann hat er angefangen mit dieser Feminismus-Reihe, was ein bisschen weird war, aber davon habe ich nicht so viel gesehen. Ich habe dann später mal so eine Zusammenfassung von Sigman gesehen. Aber sonst, die Feminismus-Reihe habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Video gesehen mit Männer sind einsam. Aber was dann danach kam und auch das mit dieser Rammstein-Thematik, auch jetzt wieder die Thematik, also wie kann man sich denn so ins Ausschießen, obwohl man... Obwohl der Kanal gut abging. Der Kanal ging ja wirklich gut ab. Der hat relativ schnell seine 5000 Abonnenten erreicht. Ey, der ist mittlerweile bei 4000 Abos, weil 1000 Leute, das ist einfach ein Fünftel von seinem gesamten Kanal, einfach gesagt haben, nee, gönne ich mir nicht mehr, ich lasse ein D-Abo da. Das ist brutal viel. 20% haben ein D-Abo dagelassen. Das ist sick, wirklich. Das ist sehr, sehr sick. Das musst du erst mal schaffen. Also, ist schon sehr... Die, die ich euch hier gerade vorgeführt habe. Wer sich... Was findet ihr, wer sich rassistisch äußert? Äh... Kuss mit Rechten schon zu... Boah, das ist gerade schwer zu lesen, aber wahrscheinlich meinst du, wer sich rassistisch äußert, der sollte auch wissen, dass man das jetzt nicht freundlich begrüßt oder so. Ähm, oder auch da mal beleidigt. Ja, keine Ahnung. Also, ich rede ja immer nur von mir. Ich denke, manchmal ist es vielleicht besser, bei sowas jetzt nicht komplett auszurasten. Aber ja, das ist einfach eine absolut dämliche Äußerung von T-Tech gewesen. Kannste nicht anders sagen. Könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, wie der Verteidigungsstream ausgesehen haben muss von Thomas. Und falls ihr das nicht könnt, habe ich hier ein paar kleine Highlights seiner multiplen Meltdowns innerhalb seines Verteidigungsstreams. Wer hätte gedacht, dass der Justin Bieber Verschnitt auf dem Sofa seiner Oma mit dem ungescripted noch unerträglicher ist als in seinen Videos? Ich! Du bist nicht vorbereitet! Du bist ja nicht unten. Begründe. Geht nicht, hm? Hm. 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 Geht nicht, hm? Ja, und? Und? Ist das jetzt ein Argument? Ist das jetzt ein Argument, dass ich euch beleidige und jetzt habt ihr plötzlich automatisch recht, weil ich beleidigt habe? Nö. Meine Vorfahren waren alles deutsche. Alles deutsche Wurzeln. Bin ich ja immer Nazi. Komisch. Ha. Ob uns das irgendwas sagt? Wahnsinn. Gigayikes an der Stelle. Natürlich weiß ich an dieser Stelle, da ich mir so viel Zeit gelassen habe mit diesem Video, dass bereits andere Creator, unter anderem Catsplay, eigene Videos zum Aufarbeitung seines Verteidigungsstreams gemacht hat. An der Stelle geht Schau das raus an Catsplay. Ihr Part in ihrem Video ist besonders gut. Dementsprechend kann ich ihre Aufarbeitung wärmstens empfehlen. Nicht desto trotz möchte ich in der Verteidigungsstream-Thematik nochmal meinen eigenen Senf hinzufügen, weil ich und Thomas, wir sind einfach beste Freunde. Freunde für immer! Freunde für immer! Und beste Content-Creation, Freunde! Also, guck mal, wenn ich jetzt Reactions mache oder auch Videos aufnehme, versuche ich das auch aus der Perspektive zu betrachten, okay, wie wäre es, wenn jetzt jemand das, oder wie würde jemand das wahrnehmen, jemand Außenstehendes, ne? Aus der Perspektive versuche ich das manchmal zu betrachten, deswegen halte ich mich auch gerade bei gewissen Themen einfach zurück. Ja, weil das ist zu hitzig manchmal und dann sage ich mir auch, okay, ne, da halte ich mich so ein bisschen zurück. Weil das kann halt auch schnell in den falschen Hals kommen. So, und deswegen bin ich da vorsichtig. Und da verstehe ich halt jemanden nicht wie ein T-Tag, der es eigentlich auch wissen könnte, sagen wir es mal so, der dann solche Äußerungen trifft in einem Stream, wo er weiß, okay, die Leute konfrontieren ihn damit, mit allem. Die Leute werden das auch abfilmen oder die Leute werden da, ähm, ja, sich das Maul drüber zerreißen. Also, warum äußert man sich dann so, dass man auch weiß, okay, jo, das könnte falsch aufgenommen werden. Der wusste doch ganz genau, weil der hat ja auch gezögert, das mit diesem deutschen Blut, der hat ja davor gezögert. Der wusste doch genau, was das für eine Reaktion erlangen wird, wenn er das jetzt sagt. Ich verstehe es, ey, wirklich, ich verstehe es beim besten Willen nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Unterstützen einander, natürlich. Bruder, ich habe deinen Rücken. Aber bevor wir rein starten können, muss ich mich nochmal umziehen, weil, was ist das denn? Also, ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen unsensibel, wie ich mich hier gerade gebe. Moment. Mein Pullover ist zwar nicht aus 2012, aber nicht, also trotz fühle ich mich auf jeden Fall jetzt viel besser ausgerüstet, um meinen Senf zur aktuellen Thematik hinzuzufügen. Der sieht richtig seriös aus, hat so ein Pullover angezogen. In seinem Verteidigungs-Stream wurde Thomas, der jetzt auch unter dem Namen Teilschuld Thomas bekannt ist und gefragt, warum er explizit... Ja, Teilschuld Thomas, aber heißt er nicht Tobi oder so? Ich weiß gar nicht. Also, das ist gar nicht so. Er könnte auch Teilschuld Tobi heißen, würde genauso passen. Ben Shapiro als Ideenführer für seine Argumentation der Nichtverantwortung, doch Teilverantwortung der Frau zitiert, beziehungsweise einen Ausschnitt seiner Rede verwendet. Hat das damit zu tun, wen ich zitiere? Was ist das für ein Stromallargument? Ich persönlich finde das auf jeden Fall extrem witzig, denn Thomas versteht nicht, warum man hinterfragt, warum er jemanden wie Ben Shapiro in der Thematik zitiert. Das mit dieser Rhetorik eine Schuldverlagerung, eine Verantwortungsverlagerung auf die Schultern der Opfer gerechtfertigt wird, will Thomas natürlich nicht sehen, weil Thomas nicht versteht, was Synonyme sind. Die deutsche Sprache ist ja auch schwer. Wenn er genau das Passende sagt, das was ich meine, soll ich ihm dann die Worte aus dem Mund klauen, nur um ihn nicht zu zitieren? Oder zitiere ich? Also er kann einfach 0,0 mal von seiner Meinung abdrücken und einen Schritt zurücktreten und reflektieren, wie er sich über was äußert. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also vor allem, weil er ja ganz genau weiß, was das Problem ist. Also er weiß, wie er sich äußern müsste, damit die Leute verstehen, okay, okay, er hat es verstanden und das, was er gesagt hat, ist halt so, ja trotzdem halt eine Schuld an die Opfer so aussprechen. Und er macht es aber nicht. Ich verstehe es auch nicht. So ein Stück weit zu viel Selbstbewusstsein, so von sich extrem überzeugt sein. Obwohl, wenn jeder dagegen spricht, sollte man sich vielleicht doch mal darüber, oder sollte man vielleicht doch mal darüber nachdenken, ob man nicht selbst irgendwie sich fehlerhaft ausgedrückt hat. Das will er nicht einsehen. Das finde ich auch, ich finde das ein bisschen schade, weil früher wirkte er mir nicht so. Früher wirkte er mir eher so wie, okay, jo, denke ich darüber nach und da mache ich ein Video mit, sorry, das war falsch und das war's. Verstehe ich nicht. Und dass er dann einen Livestream macht, ohne vielleicht, ich weiß nicht, wie groß seine Livestream-Erfahrung ist, aber dass er dann einen Livestream macht und sich so äußert, es ist mir nicht ganz schlussig, warum man sowas macht. Ich ihn einfach. An der Stelle ein wohlgemeinter Rat. Wenn jemand, der in einer Thematik nicht qualifiziert ist und wirklich sehr problematisch in Bezug zu Frauen, da sind wir ja gerade bei der Thematik, Dinge äußert, die du gut findest, dann ist das nicht opportun, diese Person zu zitieren und oder einzublenden. Dann kannst du genauso gut das auch einfach sagen und hoffen, dass niemand dich mit dem rechtsradikalen, frauenhassenden Ben Shapiro in einen Topf schmeißt. Das war dir anscheinend wichtig, dass man dich in Verbindung mit Ben Shapiro sieht. Und damit hast du dich ein Stück weit entlarvt. Gerade weil Ben Shapiro dafür bekannt ist, Frauenrechte zu beschneiden und Frauen, die aufgrund einer Verteidigung schwanger geworden sind und diese Schwangerschaft beenden wollen, als Babymörder bezeichnet. Ey, ich muss for reals sagen, also zu... Ich weiß nicht, naja, wobei zur Verteidigung, es passt ja gerade vieles zusammen irgendwie, weil Titek, der äußert sich ja wirklich sehr, also sehr... Also ist das schon so AfD-mäßig, würde ich fast meinen, ne? Ich persönlich kannte zuvor diesen Ben Shapiro nicht. Ich weiß, Leute sagen, okay, den musst du kennen, hast du ja wie safe schon mal mitbekommen oder so. Ich kannte ihn nicht, ne? Deswegen hat mir dieser Clip davor nichts gesagt, aber, ähm... Also Titek, der scheint ja trotzdem noch dahinter zu stehen oder das immer noch zu befürworten, was dieser Ben Shapiro da gesagt hat. Der Titek meinte ja auch irgendwie, der würde Adolf Hitler zitieren, wenn er dabei was Richtiges erzählt hat. Wo ich mir auch so denke, Junge, was sind das hier Aussagen? Kannst du da vielleicht aufhören, einfach so scheiß Aussagen zu treffen? Versuch doch mal drüber nachzudenken, wie das rüberkommt, wenn du sagst, jo, ich würde sogar Hitler zitieren. Das ist doch übrigens sehr Bullshit. Aber ich meine, da dann von Teilverantwortung, Teilschuld zu sprechen, passt ja irgendwo ins Narrativ für einen Ben Shapiro. Denn, und das ist wissig und wichtig, Argumente von Personen passieren nicht im Vakuum. Diese Menschen haben Meinungen aus gewissen Gründen. Und man kann nicht einfach so cherrypicking, gewisse Meinungen von gewissen Menschen nehmen, ohne den Gesamtkontext der allgemeinen Ideologie der Person zu berücksichtigen. Was die folgende Aussage, die er in einem Artingzug in Bezug zu Ben Shapiro tätigt, umso schwieriger macht. Es hätte von mir aus doch Hitler sein können, der das sagt. Wenn er genau das Passende und meiner Meinung nach Richtige gesagt hat, dann zitiere ich ihn. Das ist einfach nicht dumm aus, als so eine nulldurchdachte Aussage. Also selbst, also du musst nicht das, du musst das nicht mal durchdenken, sondern das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht Adolf Hitler zu zitieren. Egal, ob der Typ wahres Zeug erzählt hat, weil wenn du es zitierst, gibst du ihm irgendwie recht, eine positive Anerkennung, mehr oder weniger. Und das ist definitiv nicht das, was man machen sollte bei einem Adolf Hitler. Es ist doch scheißegal, wer es gesagt hat. Die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Ja, Bro, ist völlig egal, wer das gesagt hat. Also, um bei seinem Beispiel aus seinem Stream zu bleiben, wenn Hitler Vergnung schlecht findet, dann sind ja nicht alle Leute automatisch problematisch, wenn sie Vergnung schlecht finden, weil Hitler die ja auch Vergnung schlecht findet. Sich da aber mal kurz zu fragen, findet Hitler generell Vergnung schlecht? Oder nur, wenn sie die falschen trifft? Ausländische Frauen sind ihm wahrscheinlich egal, also Frauen im Allgemeinen sind ihm eigentlich egal. Ist er dann die beste Person, um ihn sprechen zu lassen, wenn es um diese Thematik geht? Frauenrechte? Schon. Ich glaube nicht. Ist es generell eine kluge Idee, einen ausgesprochenen Menschenfeind, der mehrere Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, in Bezug zu Menschenrechten sprechen zu lassen? Ich glaube nicht. Diese Argumentation, ja, aber Hitler fand ihn bestimmt generell einfach gar nicht. Den Typen sollte man nie im positiven Kontext erwähnen oder generell zitieren oder so. Zitieren kannst du es aus einem historischen Kontext. Kannst du was zitieren und sagen, okay, ja, die Rede hat er damals gehalten oder was weiß ich. So, okay, da kannst du zitieren, aber zitiert ihn doch nicht so im Sinne von, ja, okay, da hatte er ja damals Recht gehabt, weil auch wenn der Recht hatte, du gibst ihm damit ja ein Stück weit eine positive Anerkennung in so einem Moment. Und dieser Mensch verdient alles, aber bestimmt keine Anerkennung für irgendwas, sondern der war durchweg ein grauenvoller Mensch gewesen. Und sich mal darüber oder da mal zu hinterfragen, jo, was sagt man jetzt eigentlich oder was hat das überhaupt für eine Wirkung gegen einen, macht T-Tag halt nicht. So, und dementsprechend steht er halt da Doppelscheiße da, aber ist er selber dran schuld, weil bei sowas habe ich auch wirklich gar kein Mitleid, wenn dann Leute komplett ausrasten. Das deutsche Blutding, das war schon ab zu dem nicht, aber danach zu sagen, jo, ich würde auch Hitler da zitieren oder was weiß ich, ist halt von allen guten Geistern verlassen. Stimmt auch, gibt mir halt ganz stark, aber der hat ja auch Autobahn gebaut, weißt. Und du relativierst damit die ganzen anderen schrecklichen Dinge, die er gemacht hat, wenn du auf die eine oder zwei positiven Dinge hinweist, die er ja auch gemacht hat. Nice, Bro. Aber das war noch nicht alles. Im Aftermath seines Entschuldigungsvideos, sein Schlussstrich-Video, das kein Schlussstrich ist, sondern nur ein Teil in einer mehrteiligen Reihe, postet er auf Instagram einen Aufruf, dass Opfer von sexualisierter Gewalt sich doch bei ihm melden könnten, damit er das dann sammeln kann und anderen Opfern zeigen könnte, was sie anders machen könnten, um halt nicht Opfer zu werden. Und warum das problematisch ist, ihm Informationen über euren Traumatas zu geben, als Opfer von sexualisierter Gewalt, beweist er in seinem Stream postwendend. Man fragt keine Opfer über eine öffentliche Plattform und bittet darum, deren Erfahrungen zu teilen. Das ist unsensibel. Ach ja, komisch. Die Opfer, die sich mir mitgeteilt haben, die mich tatsächlich angeschrieben haben und mir ihre Geschichte geteilt haben, fanden das nicht. Also auf, auf welche Betroffene soll ich hören? Auf die einen, die sagen, kein Problem, ich gebe dir meine Story, überhaupt kein Problem. Oder auf die, die sagen, ah, das geht gar nicht. Auf welche soll ich hören? Auf welche Betroffene? Sagt's mir. Ihr wollt doch nur, dass ich eurem Willen nachkomme. Was Thomas... Naja, also eigentlich, der einzige Wille, den wir alle haben, wäre ein neuer... Oder in... Wäre man... Nee, ich sag's jetzt nicht. Nee, nein. Alles gut. Also wir haben den... Unser Wille ist eigentlich, dass du zur Erkenntnis gelangst und dir endlich mal Fehler eingestehst. Ich glaube, das ist das A und O. Nämlich mit den Geschichten von Betroffenen hier macht, ist, er benutzt sie als Token für seine Ideologie, seine Position. Was unglaublich ekelhaft ist. Man stelle sich bitte vor, jemand erlebt etwas Schreckliches, geht zur Therapie, arbeitet das auf und wird im Internet von Thomas gefrontet, weil er ihnen Teilschuld aufspricht, kritisiert ihn dafür und er sagt, na, ich geh jetzt los, such mir jemanden, der das genauso sieht wie ich und dann, ja, dann Spiegel. Ja, ja, weil diese betroffene Person sagt ja selber nämlich, wer kennt den schwarzen Dude, der sagt, wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Aber da Keulung, Digga, Schmutz. Das ist effektiv genau dieselbe Handhabe, die die AfD bringt in Bezug zu Ausländern. Ich weiß gar nicht, ist der Teil der AfD, der Typ da? Also ich weiß, dass die AfD, dass es da auch Politiker gibt, die auch schwarz sind oder auch aus Afrika kommen. Aber ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie das logisch vereinbar ist, dass man als Nicht-Deutscher zur AfD geht. Also da, was muss es mit einem eigentlich passiert sein? Also was ist davon, vielleicht hat man dann, ich weiß nicht, wie das zustande kommen kann. Das ist völlig paradox. Dann werden da irgendwelche Schwarzen vorgeladen. Man hat sogar ein Landesverband gegründet, er hat einen Beileid an der Stelle. Die sich auf eine Bühne stellen und dann irgendwelche, wir können ja nicht großzügig sein, wir haben ja hier der Russländer, der sagt das ja auch. Das macht Titek mit den Storys von Betroffenen, um sich selber aus der Kritik zu ziehen und zu sagen, ja aber, denen gefällt das ja. Du oder auch Betroffene sind nicht die Experten in dem Bereich. Die Leute, die Ahnung davon haben, sind Therapeuten. Und du bist kein Therapeut. Du hast so wenig Ahnung von der Thematik, dass es mir und jedem anderen wehtut. Was ist das? Ey, das ist aber eine der neueren Folgen. Das habe ich noch nicht gesehen. Was ich noch mal erwähnen und hervorheben möchte, ist die Art und Weise, wie ein Thomas hier mit Vergleichen arbeitet. Nicht nur in seinem Stream, sondern auch in seinem Entschuldigungsstatement und in den Videos davor. Denn immer wird die körperliche Unversettheit der Frau und die sexuelle Selbstbestimmung als Objekte verglichen, dass das Umstände sind, die eine Art Provokation voraussetzen, mit einer Rolex im Ghetto durch die Gegend laufen und damit rumwedeln oder mit Geld, ist nicht vergleichbar mit dem Existieren der Frau in einem sozialen Space. Gar nicht vergleichbar. Das aber so gleichzustellen, unterstellt, dass Frauen mit ihrer Existenz provozieren. Bei dem Gedankengut, das unterschwellig bei solchen Vergleichen mitschwingen muss, kann ich mir sehr gut vorstellen, warum dieser Mensch in Bezug zu seinem Datingleben zu folgender Konklusion kommt. Ich muss einsam sterben. Innerhalb seines 8-Stunden-Verteidigungs-Streams sind natürlich extremst viele Content-Perlen gefallen. Ey, wirklich, die größte Content-Perle ist, glaube ich, wirklich dieses Männer. sind einsam-Video. Junge, 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 also das ist ja bis heute immer noch, also darauf kam ich ja schon nicht klar, ja, aber alles, was danach kam, war ja, das hat sich ja noch mehr getoppt und gesteigert, das macht mich noch mehr fertig einfach. Unter anderem, dieses einsam sterben wurde zu einem Meme, ja, aber sorry, aber das ganze Video hat auch ein Stück weit Meme-Potenzial. Der eine oder andere Meltdown, der eine oder andere Clip, der von heute an bis in alle Ewigkeiten als wichtiger Meme-Beitrag herhalten sollte, aber auch ein Rant von Thomas, der letztendlich alle Hüllen fallen lassen hat. Denn in seiner Reaction auf Weird Flex während des Streams, der sich mit der Thematik Miss Germany auseinandergesetzt hat, Cringe, kommt folgende Situation zustande. Die Dame denkt, es liegt an ihrer Herkunft, gar nicht daran, dass sie aussieht wie 45 Jahre alt und es tausendmal hübschere Frauen in Deutschland gibt. Wie alles ständig in die Nazi-Ecke gestellt wird, ist mittlerweile so nervig. Auf jeden Fall, wenn es wirklich darum ginge, die Schönheit des Landes zu repräsentieren, dann muss ich halt sagen, ist eine Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit, das passt halt einfach nicht. Es hat nichts mit Rassismus zu tun, überhaupt nicht. You sure about that? Das Lustige hierbei ist, dass Miss Germany kein Schönheitswettbewerb mehr ist. Weder behaupten die das, noch wird das so wahrgenommen, außer von Leuten, die einfach nicht die Vergangenheit loslassen können und ewig gestrig sind und einfach mal... Also ich dachte auch, das ist so wie so eine Art Schönheitscontest oder so. Ich habe da nicht meine Ahnung, weil das hat mich davor nicht interessiert und das interessiert mich immer noch nicht. Aber jetzt wurde halt ein Thema draus gemacht, einfach aufgrund dieser Thematik. Es ist wirklich völlig lost. Deswegen setze ich mich damit auch nicht auseinander, weil es Quatsch ist. Das ist einfach absoluter Quatsch. Mich hat das die letzten 25 Jahre nicht interessiert und das wird mich auch die nächsten 25 Jahre nicht interessieren. Was anfassen soll. Vergeht mir auch wirklich die Lust an so einem Video. Sorry. Ich will mir auch nicht hier angucken, wie mich hier jemand dauernd beleidigt, dass ich im Keller meiner Mutter leben würde und was weiß ich. Ich habe eine eigene Wohnung, 108 Quadratmeter, die ich für mich alleine habe und dann wird so eine Scheiße gelabert. Das ist stark. Das ist stark an der Stelle. 108 Quadratmeter Wohnung ist schon gut, muss ich sagen. Also wir leben hier gerade auf, also weniger auf jeden Fall, zumindest was die Quadratmeterzahl als Wohnbereich angeht. Wir haben halt noch mal eine Terrasse, die ist ziemlich groß, aber er hat eine größere Wohnung so an und für sich. so schon und das alleine. Ich muss ja auch noch bedenken, alleine. Nichtsdestotrotz sagt der Kommentator hier, der eschofiert sich effektiv über etwas stellvertretend, man kennt es aus der Anti-Walken-Bubble, die sind ja immer wieder was wütend, noch wütender als ich, dass wenn man das Aussehen der Frau kritisiert, obwohl es halt nicht mehr ein schönes Wettbewerb ist, man ja als Nazi abgestempelt wird. Dabei geht es ja gar nicht darum, dass sie nicht aus Deutschland kommt, sondern dass sie nicht aussieht, als wäre sie die Schönste aus Deutschland. Und Thomas denkt sich, also wäre das ein schönes Wettbewerb, dann wäre mir das schon sehr wichtig, wenn sie aus Deutschland kommen würde. Und beweist effektiv, falls ihr das gerade nicht gecheckt habt. Klar geht es um die Herkunft. Weil die Ironie des Lebens schreibt die besten Witze. Thomas bestätigt einfach, Ja, richtig, genau. Also ihm geht das ja um die Herkunft. Der hat ja dann später auch argumentiert mit deutschem Blut und so, wo man auch so denkt. Also, ja, vor allem hat er selber gewusst auch, dass es jetzt wieder dumme Scheiße sein wird, was er jetzt erzählt. Das, worüber sich der Kommentator aufregt. Ja, ich finde die Schönheit dieser Frau, das finde ich nicht mehr so toll, das ist ja kein Miss Germany. Aber nur, weil ich das sage, bin ich ja noch ein Nazi, weil mir ist es ja egal, dass sie nicht aus Deutschland kommt. Und Thomas, also mir persönlich ist es ja sehr wichtig, dass wenn es hier um Schönheit gehen würde, dass sie auch aus Deutschland kommt. ursprünglich. Ähm, ist einfach nicht passend einfach dann in dem Falle. Aber es geht halt null darum. Also ich weiß nicht, ich finde jetzt ab jetzt geht dieses Video von ihm halt so einen komplett komischen Turn, weil er sagt, ja es geht ja gar nicht. Er weiß, ab jetzt weiß er offiziell, dass es gar nicht um die Schönheit geht. Weil jetzt redet man trotzdem, nur weil sie hier nicht geboren ist. Hörst du endlich auf damit? Ja, weil sie, nicht nur weil sie hier nicht geboren ist, Hör auf damit aber sofort! sondern weil sie nicht deutscher Herkunft ist. Das ist nicht lustig! Und da geht es, es geht doch, wenn man sagt, Miss Germany soll die deutsche Schönheit repräsentieren. Warum nimmt man dann nicht eine deutsche, ist jemand in Deutschland mit deutscher Herkunft? Du bist dumm! Du redest zu viel! Wir halten also fest, bei einem deutschen Schönheitswettbewerb wird die deutsche Schönheit herausgestellt und bewertet. Ja, und deutsch bist du halt laut T-Tag nur, wenn du deutsches Blut in dir hast. Wenn das nicht so ist, dann, dann bist du disqualifizierst. Dann kannst du dich noch so sehr anstrengen, aber du wirst es nie schaffen. Kein Schönheitsideale. Das ist auch, ja, dagegen noch zu argumentieren bringt da eh nichts mehr, weil der Zug ist ja noch irgendwo abgefahren. ...ideale. Weil Schönheitsideale, das ist gar, das existiert nicht. Wir beschäftigen uns jetzt auch gar nicht mit den Schönheitsidealen hier im Westen, sondern wir hören nochmal, warum es so wichtig ist, von Thomas zwischen Passdeutsch, also hierher gekommen sein, über zwei oder drei Generationen oder Bio-Deutsch über vier Generationen hier sein, weil anscheinend ist die dritte oder vierte Generation nochmal extra wichtig, um das zu unterscheiden. Aber ich verstehe das nicht, ich bin ja erst in der ersten Generation hier, ich bin ja in Amerika geboren und lebe mein ganzes Leben lang schon... Ach, also ich finde das ist eigentlich, ich finde es sogar ein Stück weit flexmäßig. Tina hat das letzte Mal auch gesagt, ey, sie wäre gern so halb Deutsch, halb Kroatin zum Beispiel, also sie liebt Kroatien halt. Und sie hat so gesagt, da hat sie auch gefühlt, weil die waren da halt wirklich über ein Jahrzehnt lang immer im Urlaub und ja, sie hat gesagt, das ist doch voll geil, du kannst einfach beispielsweise zwei Sprachen, also wer kann zwei Sprachen? Gut, ne? Und auch wenn du zum Beispiel halb Amerikaner, halb Deutscher bist oder so, ich sag dir vor, du kannst einfach Englisch sehr gut und du kannst einfach Deutsch sehr gut. Es gibt doch nichts Geiles. Ich finde es immer auch so ein Stück weit flexmäßig, flexmäßig das Ganze. Und hier bin sehr effektiv länger Deutsch als Thomas, weil ich älter bin, aber das hat nichts zu bedeuten, weil das ist ja noch ein Unterschied, das ist ja noch ein Unterschied. Weiß jemand, wie alt Traymond ist? Wie alt ist Traymond? Also immer wenn ich ihn sehe, denke ich so, okay, der ist so 26, 27, er ist 32, 31, der ist schon über 30, das macht gar keinen Sinn. Das ist Quatsch, glaube ich nicht. Der ist niemals über 30. Der ist über 30? Ne, Traymond, wirklich, geh dich, geh dich löschen. Das ist nicht dein Ernst. Deutsch zu sein und deutscher Herkunft zu sein sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Und diese Diskussion hatte man auch schon damals mit Miss Japan. Ich denke schon seit Jahren erst 26, mir geht es aber genauso. Ich denke auch die ganze Zeit. Ja, 26 und nächstes Jahr genau zur gleichen Zeit wird er auch noch 26 sein. Ja, wo Miss Japan eine Ukrainerin geworden ist. Wenn ihr an japanische Schönheiten denkt, denkt ihr dann an eine Ukrainerin? Wenn ich an japanische Schönheiten denke, wenn ich daran denke, was würde für mich die japanische Schönheit repräsentieren, dann denke ich nicht an eine Ukrainerin. Dann denke ich nicht an eine Weiße. Anscheinend müssen wir jetzt hier nochmal über Schönheitsideale... Ja, 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 ja. Vor allem auch generell, jetzt wurde ja vorhin klar gemacht, dass es ja nicht mal was mit Schönheit zu tun hat. Was wieder noch weniger Sinn ergibt für seine Argumentation. Kann sprechen, denn die Schönheit eines Landes ist nicht gleichzusetzen mit Schönheitsideale. Der Gedanke von, dass ein Land auf eine gewisse Weise aus... Das kann ja auch einfach nur symbolisch sein, ein Land zu repräsentieren. Ja, wie ist denn das Land? Ist das sehr kulturell? Also sind da viele Kulturen auch aufeinander? Und in Deutschland trifft das ja vor allem auch zu. Ja, du hast viele Kulturen aufeinander. Dementsprechend zeigt das ja auch ein Stück weit, wo ein Land vielleicht auch steht, auch kulturell gesehen. Ja, bei T-Tech das muss, Blutsdeutsche müssen das halt sein. Aber weißt du, die müssen einfach nur so blutsdeutsch aussehen, weil wenn die zum Beispiel aus Polen kommen würden, wäre das ja auch wieder kein Problem, hat er ja gemeint. geht zurück auf eine Zeit, wo man in Nationalgrenzen gedacht hat und diesmal gut vorbei. Wir leben in einer globalisierten Gesellschaft und selbst in einem so und diversen Land wie Japan gibt es auch dort andere Schönheitsideale und unterschiedliche Aussehensweisen. Unter anderem gibt es auch indigene Menschen in Japan. Sind das keine richtigen Japaner, weil sie nicht so aussehen wie die typischen Japaner? Laut T-Tech also laut T-Tech laut der Logik von T-Tech nein. Weil du musst so aussehen. Sonst ist das schwierig. Ich stelle nur Fragen. Ich habe doch keine Ahnung. Also zumindest wenn es jetzt nach der Logik geht, müsste man dann beispielsweise sagen, okay, Draymond, der wäre auch ausgeschlossen bei sowas, weil er sieht halt nicht typisch deutsch aus. Also Draymond ist dadurch dann ausgefallen aus dem Raster. Aber es ist nicht rassistisch gemeint, aber es ist wirklich die Argumentation von T-Tech, aber er checkt auch nicht, wie das rüberkommt, so wie er es sagt. Das macht es ja noch alles noch viel schlimmer, wie er es sagt. Das ist das Problem. Aber, aber kommen wir jetzt also, warum eine Ukrainerin den bis Japan Award gewinnen kann. Unter anderem liegt das daran, dass japanische Menschen ein eher westlich geprägtes Schönheitsideal haben. So feiern sie zum Beispiel doppelte Augenlieder, also nicht diesen Augenaufschlag, den japanische Menschen generell haben, oder im asiatischen Raum, der da sehr weit verbreitet ist, diese mandelförmigen Augen und dann halt, dass das ein wenig so ist, ist man bei mir mit meinen Augensäcken ganz gut, so, das ist dort nicht so beliebt. Auch ist eine sehr helle Haut dort sehr beliebt. Hohe Nase, ausgeprägte Wangenknochen, also generell typisch westliche Gesichtszüge, die tatsächlich eher im slawischen Raum noch stärker ausgeprägt sind. Also zu argumentieren, Miss Japan kann nicht von einer Ukrainerin gewonnen werden, ist halt Stoß, wenn man weiß, was in Japan als schön wahrgenommen wird, was Taischuld Thomas natürlich nicht weiß, weil er ein Kekko ist, der von außen auf Dinge guckt und seine eigene Unreflektiertheit auf diese Dinge rauf projiziert und meint, er hat die Deutung über diese Dinge, ohne drei Sekunden in Google zu investieren. Die Wahrheit tut weh, dieser Spruch kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist wirklich nicht schwer rauszufinden, was in Japan als schön wahrgenommen wird. Aber auf diesem Niveau wurde diese ganze Diskussion in seinem Stream natürlich nicht geführt. Er fand es nochmal wichtig und richtig, diese Blut- und Bodenrhetorik nochmal extra zu unterstreichen. Ja, aber es geht nicht darum, ob sie deutsche ist, sondern ob sie deutscher Herkunft ist. Ich sage es nochmal. Extra für dich. Wackel, Verlackel. Extra. Ey, das könnte ich mir den ganzen Tag angucken, wenn er sagt, ich sag's nochmal für dich extra. Wackel, Verlackel. Ja. Dann sagt er nochmal, dass es extra für Wackel, Verlackel gilt jetzt. Ja, für dich. Und an dieser Stelle, Wackel, Verlackel hat als einziger, als letzter Überlebender für die freiheitliche, demokratische Grundordnung in Thomas' Chat gekämpft. Ehre. Ehre. Ich salutiere. Deutsch zu sein ist was anderes als deutsche Herkunft. Deutsche Gene. Deutsche, keine Ahnung, deutsches Blut. Ja. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht darum, ob sie einen scheiß deutschen Pass hat. Okay, Bro. Da hab ich dann natürlich ne Frage. Ich bin Powerlifter und trete natürlich dementsprechend auch mal an als Powerlifter im Kraft-Dreikampf. Bin ich jetzt als Passdeutscher, if you will, qualifiziert dafür, da anzutreten, oder darf ich das nicht, weil ich ja keine deutsche Herkunft habe? Weil es geht ja um Kraft. Die deutsche Kraft. Kraft. Power. Strength. Darf ich das dann jetzt oder nicht? Ich meine, also dem Landesverband, den hat das nicht geführt. Ja, wohl. Auf die Saal doch sehr. Ey, ja. 245 Kilo. Na, das ist cringe. Da würde ich, also ich persönlich würde da noch ein paar mehr Kilo draufhauen. Sag ich sowieso. Aber ich wollte noch mal Nummer sicher gehen. Ey, Wackel, Verlackel hat 20 Minuten beim Zuschauen von meinem Stream verbracht. Grüße geht raus an Wackel, Verlackel, auch Zuschauer unter anderem bei mir schon gewesen. Den Experten steht gerade hier. Hamburg hat das gerade eben rausgefunden. Ich habe Fragen, weil nicht, dass ich hier die Regeln missachtet habe. Das geht ja nicht. Natürlich, weil wenn ich jemandem sage, hey, ich finde Japanerinnen hübsch, dann ist er ein Weirdo, wenn er sich nicht eine Ukrainerin vorstellt. Klar. Dann würde ich fragen, welche Japaner meinst du denn? Da ich mir vorstellen kann, dass in einer großen Nation die Menschen nicht alle gleich aussehen. Weil das wäre ja rassistisch. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Diversität in den jeweiligen Ländern herrscht. In Deutschland hast du ja, das ist ja multikulturell, aber das hast du ja, in vielen Ländern hast du es ja gar nicht. Das ist ja super kontrovers immer noch, äh kontrovers, sag ich es. Ähm, konservativ ist es immer noch und da ist es ja nicht gern gesehen. Und die werden ja auch gar nicht, teilweise nicht richtig anerkannt. Also dementsprechend, ähm, ja, also man muss sagen, das ist in Deutschland ohnehin einfach, das ist nicht, dieses, du kannst dich vergleichen, wahrscheinlich auch mit Japan. So, weil Japan einfach, ich glaube, kulturell, also nicht so krass multikulturell ist, schätze ich mal mehr. Ich glaube, in Japan sind auch mehr Japanen traditionell betrachtet. Ich denke auch, aber um zu der Frage zurückzukommen, welche Japaner meinst du denn? Meist du die indigenen Japaner, die bereits bevor die Mehrheitsbevölkerung Japans nach Japan kamen, dort waren? Oder meinst du die Yamato, die die Mehrheit der Populationen in Japan entsprechen und Wurzeln in China haben? Sind das denn Japaner oder sind das eigentlich Chinesen? Wo soll man da unterteilen? Das ist alles so schwierig. Oder hier haben wir noch mal eine weitere ethnische Gruppe, die Einwohner von Okinawa. Da könnte man sich jetzt fragen, wo zur Hölle ist Okinawa? Wusste ich vorher auch nicht, bevor ich angefangen habe zu recherchieren. Die liegen außerhalb des Mainlands von Japan. Glauben wir also wirklich, dass die Menschen dort auf dieser Insel genauso aussehen wie die Menschen auf dem japanischen Mainland? Glaubst du das, Titek, oder bist du nur wirklich einfach nur zu festgefahren in deiner Dummheit und in deiner Ignoranz? Im Laufe seines Verteidigungsstreams wird aber relativ deutlich, was er eigentlich wertschätzt beziehungsweise was ihm eigentlich in dieser ganzen Thematik des Deutschseins wichtig ist. Denn effektiv sind ihm die Gene gar nicht so wichtig. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Thomas will anscheinend doch keine Schädel vermessen. Auf eine Rückfrage bezüglich der Grenzverschiebung zwischen Polen und Deutschland sagt Thomas folgendes. Die in Danzig geboren sind. Vor 80 Jahren waren es Deutsche, heute Polen, weil eine Grenze verschoben wurde. In Danzig waren wir lustigerweise vor einem halben Jahr und ist eine Empfehlung, wenn ihr mal in Polen seid und Nähe Danzig seid, guckt euch das an. Wirklich, Danzig ist eine wunderschöne Stadt. Die fand ich richtig schick. Das war wahrscheinlich so mit die schönste Stadt, die ich bisher in Polen gesehen habe. Sehr, sehr sauber und sehr schön gemacht. Natürlich ist eine Ländergrenze nicht automatisch direkt das wie soll ich sagen, dass man sagen kann, jetzt kannst du aber das nicht mehr. Es gibt doch gerade in Deutschland um uns rum sind Österreicher, Schweizer, die alle so aussehen wie wir. Weißt du, was ich meine? Kleine Quizfrage. Was meint Thomas hier, wenn er sagt, dass Österreicher und Schweizer aussehen wie Deutsche? Welches körperliche Merkmal meint er da wohl? Okay, du bist gut zu gehen. Hängt ihr hier wirklich und tut so, als ob Deutsche nicht weiß wären an sich? Ich soll dir jetzt wirklich erklären, warum Deutsche weiß sind, wenn ich mit meinen Kollegen, und ich habe viele Leute, viele Menschen in meinem Leben schon getroffen und jeder, der deutsch war, war weiß. Hörst du endlich auf, jeder, der türkischer Herkunft war, jeder, der iranischer Herkunft war, war nicht so weiß wie die deutschen Kollegen, die ich hatte. Das ist nicht lustig. Komisch. Seine? Ha, ob uns das... Oh, Junge, es ist... nee, den Clip kannte ich jetzt, nicht, aber es ist einfach schwer, es ist einfach schwer, hier zuzuhören, ohne dass das ein bisschen sehr viel Fremdscham verursacht. Irgendwas sagt. Der weiß auch ganz genau, dass das, was er jetzt erzählt, äh, eine sehr komische, also sehr schwierige Aussagen, sage ich mal, sind vor allem für ihn, auch für die Zukunft, auch für... das, was er eigentlich sonst vielleicht mit seinem YouTube-Kanal repräsentieren wollte. Wah... Das ist nicht lustig. Komisch. Ha? Ob uns das irgendwas sagt? Wahnsinn. Sind diese Kollegen gerade im Raum? Nein. Äh, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, das sagt viel mehr über dich aus, als über die Gesellschaft. Deutsche Wurzeln, etc., ist gelaber von Rechten, weil es sowas nicht gibt. Jetzt gibt es schon keine deutschen Wurzeln mehr. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt auch schon rechts. Ach so. Ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwelche Sprüche machen, wie zum Beispiel Walengeschichte Kreide holen, aber das wird einfach dieser Zerschaustellung von Unwissenheit nicht gerecht. Der Bruder war nicht nur Kreide holen in Geschichte, er hat die Kreide gegessen und mit Lack runtergespült. Dementsprechend habe ich hier jemanden als Gastpart, natürlich habe ich einen Gastpart an dieser Stelle, der sich mit der Thematik Deutschsein relativ viel auseinandersetzt auf seiner Plattform. Dementsprechend gebe ich da gerne das Mike an ihm weiter. Er ist da glaube ich als Bio-Deutscher viel qualifizierter als meine Wirklichkeit, die ja laut T-Tech nur passdeutsch ist und da muss man ja klar differenzieren. Dementsprechend Bühne frei für den Bruder. Ich liebe wenig so sehr wie Menschen, die versuchen anhand von deutscher Geschichte und allem drumherum einen Begriff von Deutsch zu etablieren, der einer faktischen Überprüfung überhaupt nicht standhält, wie wir gleich sehen werden. Ich liebe das deshalb so sehr, weil diese Menschen immer wieder zeigen, dass sie entweder nicht ausreichend oder gar keine Ahnung von deutscher Geschichte haben. Ich liebe es, weil sie zeigen, dass sie nicht verstanden haben, was Deutsch so besonders macht. Ich liebe es, weil sie immer wieder belegen, dass diese Menschen einfach von außen von irgendwem erzählt bekommen haben, dass dieses oder jenes Deutsch wäre und das haben sie dann übernommen und dachten, ja das klingt gut und jetzt kotzen sie das einfach ungefragt überall wieder aus, wenn sie die Chance dazu bekommen. Vor allen Dingen liebe ich es allerdings so sehr diese Argumentation zu hören, weil sie mit einem einfachen Satz sofort zu entkräften ist. Und dieser Satz lautet, Deutsch ist keine Hautfarbe. Richtig. Dieser Satz ist dann noch beliebiger weiterbar, zum Beispiel auf Deutsch ist keine Religion oder aber auch Deutsch ist keine Blutgruppe. Und theoretisch wäre diese Diskussion an dieser Stelle schon beendet. Praktisch möchte ich euch aber natürlich auch noch faktisches Geschichtswissen mit. Ja, am Ende des Tages geht es hier einfach bloß um eine Hautfarben-Geschichte. Also es wird sich darüber beschwert, dass Person XY eine andere Hautfarbe hat, dementsprechend anders zuzuordnen ist und halt nicht typisch deutsch für T-Tech. Und er denkt halt in Hautfarben. Das ist, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also erstmal weiß man, dass das ja nur für negative Schlagzeilen sorgt, auch wenn man so denkt. Und zweitens ist das offensichtlich halt auch nur Scheiße, was man da von sich gibt. Weil vor allem, was hat auch T-Tech jetzt für einen Nachteil? Also dieser Miss Germany-Ding oder das Miss Germany-Ding, wo er sich darüber aufregt. Was bietet ihm denn das jetzt für einen Nachteil? Oder warum sollte man sich darüber aufregen, wenn die Person das gewonnen hat oder dort halt das Land repräsentiert im Sinne davon, von diesem Miss Germany-Ding? Ich verstehe es nicht. Also Deutschland war doch schon immer, war schon immer multikulturell. Vielleicht war das, früher hat man das nicht so wahrgenommen oder bei den Geschichts, bei den ganzen Geschichtsfilmen von früher Drittes Reich und so weiter. Da weiß ich selber nicht, wie es da 100% aussah. Ja, aber, also bevor ich irgend so eine Scheiße erzähle, ja, die mir dann später mehrfach vorgezeigt wird und wo man sich denkt, jo, du bist ganz schöner Nazi oder Rassist oder was weiß ich, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, was man erzählt, vielleicht erstmal der Wahrheit entspricht und zweitens auch andere Menschen einfach nur als sinnlos verletzt leben. Warum heißt Deutschland in Frankreich Allmanie? Und warum heißen Deutsche auf Türkisch Allmans? Wegen der Allemannen. Die Allemannen waren ein in kriegerischen Zeiten neu gegründeter Volkstamm der Germanen. Germanen waren schon viele verschiedene Völker, die man eben unter Germanen zusammengefasst hat, die Allemannen wiederum sprengten diese Völker untereinander, diese Verbindungen. Weil sie gesagt haben, uns ist egal, wie dein familiärer Background ist, uns ist egal, welche Herkunft du hast, du kannst selbstverständlich bei uns mitmachen, uns ist sogar deine Ethnie egal. Wichtig ist nur die gemeinsame Verbundenheit und die gemeinsame Verpflichtung von einem gemeinsamen Ziel. Und genau das ist es, was Deutsch so besonders macht, dass wir schon immer viele waren, dass wir schon immer Grenzen überwunden haben und dass wir genau dadurch so eine erfolgreiche Geschichte bis heute aufgebaut haben. Vielfalt ist es, was Deutsch ausmacht, Vielfalt ist es, was uns stark macht und Vielfalt ist es auch, was uns groß gemacht hat. So groß und so stark sogar, dass bis heute die Allemannen sprachlich immer noch weiterleben. Und wenn man jetzt auch noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Definition von Ethnie nachschlägt, dann wird man auch hier feststellen, dass keine Blutsverwandtschaft für eine gemeinsame Ethnie notwendig ist, sondern nur eben genau diese gemeinsame Verbundenheit mit der Festlegung oder der Einigung auf einem gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel. Dazu möchte ich an dieser Stelle... Also erstmal an der Stelle sehr guter Beitrag. Also ich wusste es jetzt geschichtlich nicht so. Ich wusste, dass es schon immer kulturell oder multikulturell am Ende des Tages war. Aber sehr interessante Sache, muss ich echt sagen. Ich hab gar nicht mehr so viel sagen, denn letztendlich haben wir alle sowieso gar keine Ahnung, denn Titek hat alleine schon verstanden, warum er so viel Gegenwind, so viel Hate bekommt wegen seinen letzten Videos. Und seine Rechtfertigung, sein Kalkül, seine Konklusion ist so intelligent und vorausschauend und vor allem reflektiert, wie wir ihn halt auch in den letzten paar Tagen und Monaten erlebt haben. Es ist ganz einfach. Leute fühlen sich angegriffen, weil ich aktuell gehatet werde. Ganz einfach. Und die Leute stürzen sich einfach auf mich. Das ist so einfach. Die Leute wollen mich einfach als den Bösen sehen und deswegen bin ich der Böse und deswegen ist alles, was ich sage. Ja, es ist halt aber wirklich... Du sagst schon vieles, was echt superkritisch ist. Also nicht nur kritisch, was... stellenweise echt sehr verachtenswert auch ist. Immer problematisch. Hätte ich mehr Reichweite, dann würde so dumme Kommentare überhaupt nicht kommen. Dann würde ich überhaupt nicht so in der Kritik stehen. Weil meine Aussagen auch nicht so problematisch sind. Du hättest dann halt viel... Du hättest dann wahrscheinlich mehr Leute auch auf deiner Seite, die dir alles nachblabbern. Ja, das vielleicht schon. Aber ich glaube, du hättest immer noch genauso... Also mindestens genauso viele Leute, die immer noch gegen dich sind. Wie sie dargestellt werden. Die Einsicht vom Lande. Was kann ich aber letztendlich zu diesem ganzen Video, zu diesem ganzen Thema sagen? Hier in dieser Stelle wird effektiv mir nochmal verdeutlicht, warum meine Eltern, ich bin adoptiert, hab zwei weiße deutsche Eltern, mir besagte Lektionen in Bezug zu Rassismus und Nationalstolz mitgegeben haben. Und zwar sind gerade die Menschen, die extrem darauf beharren, dass sie ja stolz auf ihre Nationen sind und ihre Hautfarbe und dieses ganze Klaber, was Titek dir gerade bewiesen hat, sind die am verzweifelsten von unserer Gesellschaft eigentlich sind. Denn wenn du es nötig hast, dein Leben, dein Stolz auf etwas aufzubauen, auf das du gar keinen Einfluss hattest, dann bist du eigentlich schon ein ziemlich kleines, armes Würstchen. Klar kann man sich darüber freuen, in dieser wunderschönen Nation zu leben. Wir haben die größten Möglichkeiten, diese wunderschöne Nation und die Welt, in der wir leben, zu beeinflussen aus unserem Privileg heraus. Denn uns geht es hier nun mal verdammt gut im Vergleich zum Ranking der 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt. Deutschland, Platz 4. Krass. Okay, das ist schon heftig. Wir sind auch eine relativ große Nation. Russland ist da noch nicht mal mit dabei. USA, ja. USA ist ja crazy, ja. China, heftig. Japan, Deutschland. Krass. Dass Deutschland einfach vierter ist, hätte ich nicht gedacht. Mittlerweile Platz 3. Crazy. Das ist wirklich heftig, muss ich sagen. Elena, danke für den Satz zu so vielen anderen Ländern. Daraus aber stolz ziehen oder eine Überheblichkeit an den Tag zu legen, weil man links oder rechts der Grenze geboren wurde, das ist lost. Ich kann demnächst brechen nur sagen, Titek, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe von dir generell nicht viel erwartet. Ich habe in dem Livestream, in dem ich ja auch dann war, versucht mit dir auf einer Ebene der Vernunft zu reden, dir Ratschläge zu geben, wie du deinen Ruf, deine Plattform retten könntest. Davon wolltest du nichts hören. Du bist anscheinend zu stur. An der Stelle muss ich mich entschuldigen, denn, wie gesagt, ich habe schon nicht viel von dir erwartet, aber diese Erwartungen hast du nochmal um Längen unterbunden und das tut mir leid, dass ich da einfach mehr von dir erwartet habe. Dafür muss ich mich auf jeden Fall aus vollem Herzen bei dir entschuldigen. Abschließend kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank an Kotun, der den Anfangspart dieses Videos extra für mich gemacht hat. Ach was. Jo, er hat das extra für ihn gemacht? Okay, das ist natürlich eine nice Sache. Das ist nämlich sehr, sehr krass gemacht. Ja, also sehr aufwendig wieder. Und, ach, der andere war der verrückte Mutmacher. Okay, kannte ich gar nicht, aber sehr stronger Beitrag. Verrückten Mutmacher, der sich nochmal extra Zeit genommen hat, für mich auch einen Videopart einzusprechen. Die Kanäle zu diesen beiden Ehrenmenschen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Guckt da gerne mal vorbei. Ansonsten kann ich euch nur noch wärmstens empfehlen, mal in meinen Stream vorbeizugucken. Da gibt es zweitklassige Unterhaltung, besser als die bei Alpha, Kevin. Junge, es ist wirklich so schlecht, es ist wirklich so schlecht. Warum werde ich eigentlich so oft bei Meinungsblogger Kollegen gedisst? Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn denn getan? Ich reagiere doch auch nur auf Videos und bekomme dann einfach die Fronts ab. Ob das ein Kaiser ist, ob das ein Catsplay ist oder ein Traymond, ich werde einfach ständig gedisst oder Just Nero. Junge, der hat mich letztens auch einfach sinnlos gedisst. Was mache ich denn? Wirklich, Just Nero gefühlt in jedem Video mittlerweile, ich gucke mir ja die ganzen Videos an, der disst mich einfach jedes Mal in einer ganz kurzen Sequenz. Ein Kaiser, okay, ist eh schon ein Running Gag. Ein Traymond, der disst mich auch ständig in seinen Videos, das macht mich fertig. Also ich, wirklich, das macht mich fertig. Ich habe gar nichts gemacht. Er hat selbst, weißt du, da kommt Barco aus dem Loch gekrochen und lacht drüber, weißt du, es ist wirklich frech. Es ist sowas von frech. Guckt da gerne rein, vorbeizugucken. Da geht mal vorbei. Ansonsten kann ich euch nur noch wärmstens empfehlen, mal in meinen Stream vorbeizugucken. Macht's bitte nicht. Das ist zweitklassige Unterhaltung, besser als die bei Alpha, Kevin. Guckt, bei mir ist es eine Erstklassig, deswegen, das ist eine andere Sache. Da gerne rein, nicht bei ihm, sondern bei mir. Und ja, lasst ein Like da, kommentiert, nervt mich nicht, wenn ihr nicht meiner Meinung seid. Ist mir sowieso egal, ich will hier niemanden von irgendwas überzeugen. Ich habe nur Redebedarf gehabt, weil als Wasserdeutscher fand ich diese ganze Gerede von ziemlich nervig und möchte doch bitte, dass er die Klappe hält. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein was auch was ich. Ich habe keine Also es waren, also gut, man muss halt sagen, jetzt natürlich der letzte Part, den er jetzt hier rausgehauen hat, der war jetzt schon problematisch, da gegen mich zu schießen. Würde ich schon fast ein Dislike geben, aber komm, weil es trotzdem allen für sich ein gutes Video war, auch mit einer richtigen Intention. Ich wusste sogar nicht alles, also ich habe nicht alles davon gewusst und dementsprechend hatte auch das Video auf jeden Fall hier gerade Mehrwert gehabt. Auch dass er das nochmal aufgezeigt hat, vom Mutmacher, mit diesen Alemannen, dass es schon immer multikulturell war, finde ich, ist ein sehr wichtiger und sehr guter Punkt, der auch nochmal dafür spricht, dass, wenn man Deutschland repräsentiert, man auch Deutschland repräsentieren kann und das kann auch nicht so typisch vollblutdeutsch sein, ja, weil es das wahrscheinlich nie war. Deutschland war nie vollblutdeutsch und deswegen sollte man da Titeks Gedanken relativ schnell mal ein bisschen hops nehmen. wurde hier auch gemacht. Ich hoffe, Titek sieht sowas. Das würde mich zumindest sehr freuen, wenn er sowas sieht und da mal zur Erkenntnis kommt, dass es vielleicht nicht die positivste und sinnvollste Art ist, in Hautfarben zu denken und vielleicht sich auch mal darüber bewusst werden, dass es auch scheißegal ist, wer hier Miss Germany wird, weil das hat noch nie jemanden interessiert und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre niemanden interessieren, weil das guckt sich vielleicht eine gewisse Nische mal an, aber meine Fresse, ich habe noch nie und ich kenne auch niemanden, der jemals mit mir drüber geredet hat über Miss Germany, weil das so ein spannendes Thema ist. Das war nie spannend, zumindest, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Titeks sich die letzten Jahre hingesetzt hatten, sich über Miss Germany den Kopf zerrissen hat. Ja, wie toll, vollblutdeutsch die doch aussahen. Das ist einfach übster Quatsch, deswegen check ich das nicht. Leute, checkt unbedingt das Link unten, äh, das Link, checkt unbedingt den Link unten in der Beschreibung ab, äh, da kommt ihr zu Trayment Mayment, lasst da ein Abo da, auch wenn er mich da disst, ja, ja, ich, weißt du, weil ich ein gütiger Mensch bin, ich, ich, ich bin da ein gütiger Mensch, er hat mich gerade eben gedisst, provoziert, das war ja schon eine Beleidigung auch, ne, ich könnte mich jetzt angegriffen fühlen, ich sage jetzt aber so wie es ist, lasse ich gerne ein Abo da bei Trayment, äh, dass er Richtung 20.000 Abonnenten so schnell wie möglich kommt, war ein sehr, sehr starkes Video, junge 30 Minuten, gute Parts noch eingebaut, äh, ja, ich, äh, würde sagen, wir schreiben bitte in die Kommentare das Wort erstklassig rein, schreibt bitte in die Kommentare erstklassig, ganz, ganz wichtig, das repräsentiert nochmal meine erstklassige Unterhaltung im Gegensatz zu, äh, Trayments zweitklassige, äh, Raction, Raction oder sowas, ne, also er, er sagt ja selber sogar, dass bei ihm zweitklassig ist. Keine Lust mehr, dieses Video ist sowieso viel zu lang, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn der Abo gehört, und tschüss. Ja, dann würde ich auch sagen, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst gerne auch hier ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen, auf den Weg zu eines Tages 100.000 Abos, das wäre crazy, also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, und wie heißt es so schön, ich denke an das Fängchen, euer Alpha Kevin, und tschau tschau.